Hallo und herzlich Willkommen. Wir sind Lukas und Luke. Wir let's playen heute Minecraft. Das Spiel hier, wie ihr seht, sind wir in einer unglaublich ewigen Landschaft. Ja, sehr eklig. Hier so mit so einem See und hier ist die Brücke. Wir gehen jetzt einfach drüber. Also ich muss jetzt mal sagen, die Brücke ist scheiße zugemacht. Ja, hätte man besser machen können, aber für den Zweck reicht es. Oh, rot-weiße und blau-weiße Dächer. Das gefällt mir. Ja, ist eine gute Farbkombi. Wow, Mac Game Clan. Ja, das ist geil, wa? Wir haben hier alles gebaut. Man kann hier alles bauen, alles selber machen. Die Landschaft wird komplett gut generiert. Gras, Blumen, alles. Vorne haben wir dann noch eine Brücke und hier haben wir so ein Haus mit Waldberuf so obendrauf. Also ich weiß nicht aus welchem Alter Minecraft ist, also wo es in welchem Alter entspielt. Mittelalter oder so. Also Mittelalter nicht. Genau. Hier haben wir unsere Plantage, wo wir Zucker anbauen und so. Wenn man da nämlich, also wisst ihr was ich meine, ne? Nein, Zuckerhofer. Drücken wir den Knopf und das Zucker wird abgebaut. Und jetzt kommt es da, da, jetzt müsste es gleich runterfließen. Und dazu muss ich mal sagen, es gibt richtig gute Sachen, die man in Minecraft bauen kann. Richtig viele Sachen. Da kommt jetzt sogar. Da kommt jetzt. Seht ihr? Seht ihr? Genau. Maschinen. Ihr habt gerade eben sehr viele Sachen gedehnt. Sehr viele Maschinen. Das ist Redstone. Redstone, genau. Mit einem anderen Texture Pack wird das jetzt vielleicht noch besser aussehen, aber das ist jetzt halt der original Texture Pack. Da haben wir was mit da haben. Wir haben es mit Redstone Fackeln gebaut. Gehen wir mal rum. Gehen wir weiter. Also Minecraft ist schon. Da kommt. Millionen. Wow. Also man kann hier fast alles machen. Also dieses Spiel muss man downloaden auf www.minecraft.net. Minecraft.net, genau. Ja, mach diese. Ja, mach diese. Ja. So. Gehen wir mal wieder den schönen Weg entlang mit Glowstone. Sieht in der Nacht ganz cool aus. Glowstone kommt aber übrigens in der Hölle. Genau. Und da sind auch... Never. Ja, never. Never. Hölle ist das gleiche. Ja, komm. Hier haben wir im Bund. Ja, reddeutsch. Hey, war das nicht Karriere? Nein. Und gelbes Dach mit Weiß sieht auch sehr schön aus. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, ach scheiße, hier gibt es doch sowieso fast gar keine Lebewesen. Lebewesen. Also hier gibt es auch Lebewesen in Minecraft. Genau. Hier gibt es auch Corona. Ja. Ja. Sehr viele NPCs. Interessiert in Köln. Es gibt sehr viele NPCs in Minecraft. Also, wir gehen jetzt mal hier gucken wir mal. Ja. Da unten ist auch eine unterirdische Hölle, wie ihr es hier schon seht. So. Im Wasser. Da unten. Genau. Und dann hier mal irgendwie für uns. Und hier ist unser Haus. Also so ein kleiner Stammsitz. Hier ganz mit Leitern so runter. Und dann hier unten halt... Man sieht es als eine neuere Version von Minecraft. Ah ja, ein Kessel. Ein Kessel, genau. So. Geben wir hier hoch. Wieder mal durch unseren Hausgang. Hier ist unser Lagerraum mit Öfen und allem Workbench im Boden. Ja, also das ist sehr schön. Eine schöne Landschaft hier. Ich glaube wir gehen wieder hoch. Aber ich möchte jetzt mal etwas über Minecraft sagen auch noch. Also es ist ein sehr cooles Spiel. Da könnt ihr eure Kreativitäten freien Lauf lassen. Wie gesagt, es gibt Monster. Sehr viele Monster. Also es gibt's Endaments. Genau. Die ganzen, die uns immer umbringen wollen. Wie komisch immer, aber die wollen einen immer umbringen. Gehen wir weiter. Die Kieswege. Das ist sehr praktisch, wenn man sich einen Kiesweg anlegt. Weil weiß man immer, wo man hergehen kann. Und wie schön das so ist. Kann sich auch Steinwege annehmen. Genau. Lauf, lauf, lauf. Das war ein Fake. Genau. Wir gehen jetzt mal hier durch den Weg. Also eine Minecraft Map ist unendlich. Da vorne ist schon eine Wüste. Haben wir überhaupt Biome genannt? Biome. Nein, nein. Es gibt Biome. Pilzinsel getaucht. Eine Brücke aus Sandstein. Und da vorne haben wir quasi so unendlich episches Braut. Das wollen wir euch jetzt einfach mal zeigen. Das ist ein Objekt. Genau. Wir gehen durch die Wüste, über den Weg. Okay, gehen wir einfach quer durch. Und wir sprinten gerade. Das ist ein Sprinter. Das kann man übrigens mit der Taste W, W machen. Doppel W drücken. Ja. Sprintet hier einfach. Gib doch Sandstein. Ich muss satt. Das ist epic. Das ist wirklich epic. Kaktus. Creeper. Creeper. Da sehe ich den Creeper. Ja, ein Creeper. Okay, das ist böse. Oh Scheiße. Schnell weg. Schnell weg hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott.